Willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Ich befinde mich gerade im Menü, weil irgendwie... ...hier ist gerade pissed auf mich irgendwie. Wissen nicht was passiert. Wir warten auf, dass unsere ganzen Quests abgeschlossen werden. Alter, was kommt das denn noch? Na ja, wir haben auch noch bekommen. Cool. Haben wir es jetzt? 15% Fähigkeiten schon, ne? Das ist doch eine Gruppe. Was ist jetzt? Okay. Ups. Na gut, dann machen wir so. Hier, wirst du mir jetzt sagen, was hier los ist? Meine Schwestern, wie es das Gesetz vorsieht, das Artemis selbst festlegte, ist die Zeit meiner Prüfung gekommen. Ich präsentiere euch daher. Kassandra! Bei Hades, was geht hier vor sich? Es ist alles gut. Hab keine Furcht. Genug mit Geheimnissen. Ich will die Wahrheit. Artemis schickt für jede Generation ihre Boten in die Wildnis. Diese Theatern sind das Zeichen für ihre Töchter, dass ein Herausforderer sie erwartet. Einer, der sie führen wird. Führen? Was soll das bedeuten? Wir sind hier mit in einem Kampf auf Leben und Tod. Und werde zur Anführerin der Töchter der Artemis. Lehne ab und du wirst zu einem niemand für uns. Wie zuvor. Anführerin? Ja. Töte mich und die Töchter der Artemis werden deine Verbündeten sein. Die Götter brachten uns für diesen Moment zusammen. Wofür du dich auch entscheidest, es gibt kein Zurück. Ah. So. Was ist gerade, wo es jetzt haben wir schon? Waren wir sie getötet? Ich weiß nicht. Eigentlich nicht, ne? Nein. Es ist nicht an mir, dein Volk zu führen. Du Feigling. Dann geh. Und sieh dich nicht um. Dein Weg ist nicht unserer. Sieg mich nicht auf die Wand. Warte, das war's? Ja. Ich hab die Töchter der Artemis bekommen. Ja, warte mal, ich will was ausprobieren. So, guck ich eben bei Steam. Das seht ihr leider jetzt nicht, ne? Ne. Ich hab jetzt bekommen als letztes Töchter das Artemis, ne? Schließt ihr die Quest, die Töchter des Artemis ab. Okay, egal wie wir es gemacht hätten. So. 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 Au. Aber wo ist sie denn? Wie der Zug zu ihrem Lager gelaufen ist? Ah. Jetzt geh sie vollen Augen. Hm. wie lame, oder? aber vielleicht kommen wir sie jetzt finden wir sie ja nochmal wieder hab mal die Stelle neu guck mal was passiert ob wir jetzt noch da sind, oder nicht und das persönlich was tolles ich lasse dich lieber nicht sehen jetzt im falschen Spielstand geladen ja schlauer gewesen da 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 Entschuldigung Entscheidung, Entschuldigung naja F5 kann ich schnell sprechen, oder? nicht zu wissen kurzem ist die Zeute weg Ach, deswegen war es so Piss, weil hier, ah, Sperrgebiet ist Ah, ich verstehe, aber trotzdem Trotzdem ist der Zweck Na gut, haben wir die Aufgabe trotzdem erledigt Hier war das komische Dorf So, Inventar Krüter Krüchter Lämmel Ah, irgendwie auch Aber ich habe schon so viele davon gesehen, deswegen Aha, aha So, jetzt fähig ich keinen, ich fähig keinen Skill, aber Kann ich gerade So, Method erledigt So Ja, dann haben wir hier noch ein bisschen was vor uns Nein So Okay, ich kann nicht, ich gucke nicht, dass wir es heute in der Folge fertig kriegen, aber für eine Stunde in der nächsten Folge Heißt Storytile Wuuu Muss ich überlegen Ist das bei Folge 100, 200, 101 Wie viel Folgen gebraucht haben wir, um dieses Land zu entdecken, ja Zu entdecken Ein paar Nebenquests dabei noch Ein paar Nebenquests dabei noch Viel zu groß Das darf man mal sagen Das Heiligtum von Olympia Wir kämpfen die besten Athleten um Ruhm und Ehre Oh, jetzt hört es auch mal aus Oh, jetzt ist es einfach ignoriert Erfahrungspunkte Was haben wir denn hier schönes Dann Lager Dann Lager Wir sind am Feiten dagegen Und hier rein Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen Ich bin doch durchgestanden Das sollte Sparta einen Vorteil verschaffen Sparta für Sparta Zack Jetzt wird es Patrouille schieben, nur weil ich Ich will nicht Dass er nicht abbrechen kann Ich werde es nicht mehr tun Pass auf Ja Ja! Was ist toll denn? Schön, dass ich den Sepp sich einladen kann. Ich habe schon einen Besuch. Blasso-Bund. Eins. 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 Zuuu. Eins. Ja, 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 ja. Oha. Danke. Scheiße, ich breise! Halt und sterben! Halt! Scheiße! Ich breise! Oha. Jetzt haben wir endlich... Uh. Ist draufgegangen. So. Das Gebiet eigentlich ist fertig. Ich glaube ja, oder? Oh. Das ist meins. Das ist kein Tuja. Nee. Okay. Ja. Kannst du schon die... ... benutzen würdest. So. So. Gut, haben wir das schon mal. Dann haben wir da noch... ... ein... ... Ding. ... 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 Vielleicht wäre die Höhle, sehr merkwürdig. Will ich jetzt den ganzen Weg wieder zurück klatschen? Eigentlich nicht, ne? Das Weg wäre auch jetzt ziemlich weit. Ist ein bisschen doof gelaufen, aber wortwörtlich. So, was haben wir denn noch hier? Ja, da kommt die Höhle. Wir stehen als letztes machen so. Hm. So viel machen wir möglich in den Augen, ne? Hier ist immer gar nichts. Gar nichts in der Nähe an eure Kalkos, okay. Machen wir hier weiter. Dum dum. Immer... 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 77 aber schon... Oder... Und wieder ein Lager. Ja, natürlich... So, so, so... Oh, so. Oh. So, ein bisschen wenig Leute, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wir sind hier! Besorgen! Na, böse, glaube ich. Ich komme jetzt mit Plattern hin. Wird auch. So schön. So, mir ist noch jeder mit zu tun. So eine Stadt. Hä? Danke. Wir können sich hier nicht gebrauchen. Er ist schon weitergegangen. Wir müssen uns. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Aber ich habe ihn mit mir gefreut. Aber ich habe ihn mit mir gefreut. Ah, ne Rumshot bekommen. Nicht hier, was? Wo denn dann? Was denn da wird so was dann? Ah ja. Weg! Wo kommst du denn her? Wo kommst du denn her? Wo kommst du denn her? Ja. Geil. Danke Spiel. Danke, dass du wieder nicht über den Zaun klettern wolltest. Danke. Es ist so lächerlich, manchmal. Es ist so hart lächerlich. Du willst über diesen scheiß Zaun klicken. Du benutzt den Kampf Shift nicht eigentlich. Wie denn jetzt? Was? Fuck, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Oh, ich hab's abgeschlossen, okay. Aber Hauptsache, alles was ich jetzt gerade gemacht habe ist wieder weg. Ich hasse das. Ich hasse das so so. Hast du das smarteste Ding eigentlich gemacht? Und sowas. Jetzt ist nämlich die Aufstellung immer wieder anders. Oh, der Schatz wird ja auch nicht schon gezeigt. Ja, schon wieder gut. Aber jetzt mal. Dann wird's alle. Dann wird's alle. Das ist schon mal Achso, ich bin schon So, ich wollte den machen müssen So, wir sehen uns Ein Problem sein Das ist ein Problem sein Ich bin schon ein Problem sein Hast du schon da kein Gegner? Wunder Flickassee Bitch Flickassee Wunder mal Ja wie viel Schaden sie macht Ja Alles klar Ich häng schon wieder an allem möglichen Scheiß fest Ach, darf ich dich denn schon mal looten? Danke Ja, geh doch weiter Kassandra, Mann Mädchen, gib mir schon den Sack Ja Ja Okay, sieg nur jetzt einfach Wenig Schaden, dass es einfach nur macht, ne? Ist deprimierend Einfach nur deprimierend So So Eine neue Stadt entdeckt Ja Hier war's, da war's Ein bisschen was Ja Keine Orekal kost Entschuldigung, wir haben mehr Gebiete, wo er vielleicht keine Orekal kostet ist im Grunde Ist ja krass Ungehohnt Na gut, dann werden wir doch noch ein bisschen länger brauchen als eine Folge für alles, weil ich wieder sehr zurückgeworfen wurde Na gut, sehen wir uns das nächste Mal wieder Rotereien Ciao, ciao Bol mal Elo Auch Weiter ね Klasse Auch Sei Tan Ja Tre Dun Ne Gem W Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020